Heute wird der Ball bei jedem Traumtor größer, bis wir beim XXL Jumbo Ball angekommen sind. Dafür habe ich sechs unterschiedlich große Bälle dabei und den Oktopus Mario Bratte im Tor. Und für diese Challenge habe ich Unterstützung vom 1-2-1. Bereg! Ich muss es heute nicht alleine machen und wir fangen an mit dem Mini-Ball. Let's go! Nur Traumtore zählen. Komm, zeig's direkt! Jaaaaaaah! First Strike! War schon Trauma! Wunderbar! War schon Trauma! Ich wollte auch noch mal mit dem schießen! Nein, mach aus! Der kleine Ball ist weg. Jetzt kommt der etwas größere, aber trotzdem kleine Ball. Größe 4-Ball. Er macht direkt wieder, ne? Komm, Mario! Gar nicht! Ja, mein hält der fest, ne? Hör doch aufgericht, man. Ich kann alles machen. Der übertreibt hier! Der übertreibt komplett, Mann! Er stöhnt schon, der Mario. Das ist schon ein gutes Zeichen für uns. Mario, vielleicht war Jürgen, ich mach Traumtor, du sprüntest ins Tor. Ja! Ja! Nein! Wir haben diesen Ball natürlich nur einmal. Komm, Brate! Boah, ey, das gibt es nicht! Oh, schon sexy! Jetzt ist er da, meint der. Jürgen, was ist das? Ein bisschen höher noch! Ein bisschen höher noch! Okay, okay, okay! Ich muss Fuß dran schauen! Ohohohoho! Mit der Karotze aus der Nase! So eine Vorbereitung für Soma. Was macht das? Jungs, seid ihr noch da? Seid ihr noch da, Jungs? Das war's komplett, jetzt muss ich den Ball holen. Grüße an den Mann, ja den Ehrenmann, der hat den Ball zurückgebracht. Danke, Mario! Oh Mann, wo hat denn das statt? Oh Mann, wo hat denn das statt? Ah, der ist runtergegangen, immer so! Nein! Unterer Winkel! Huch! Das ist jetzt das dritte Mal mit diesem Ball. Nope! Oh! Oh! Nope! Oh! Oh! Ja, ja, ja! Mann! Ich glaube, wir haben noch nie so viele Tore in einer Challenge gemacht, die nicht zählen oder nichts bringen. Deswegen... Ja, ja, ja! Nope! Jaaa! Let's go! Weg mit dem Ball, normaler Ball. Das muss wirklich First Try gehen. Ich vermisse mich auch, Alter. Guck! Oh! Mario, Alter! Mario, Alter! Ich vermisse diese Schüsse im Spiel, weißt du? Sonst immer siehst du nur bei den beiden. Weißt du? Bam! Traumtore sind immer auch mit einem hohen Risiko mit verbunden. Deswegen kann es doch mal durchaus sein. Nö, ihr seht's ja selbst. Soviel zum Thema und hohes Risiko. Sind die Kinder noch da? Hahaha! Wow! 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 Diese normalen Bälle sind einfacher für Mario zu halten. Das liegt nicht an unseren schlechten Schüsse. Bitte, Mario ist da hingeschossen. Wow! Ich hab Läuse! Ich hab Läuse! Wie ich? Ja, Moin! Junge, Junge, Junge! Das gilt doch auch als Traumtore nicht! Das ist als Traumtore von Mario! Das ist ein Video! Oh, das ist los! Ja! Los, los! Nope! Alter, was ist denn das für eine Frise hier eigentlich? Oh, der ist ja hoch! Ja, los, los! Nope! Hahahaha! Alter, was ist denn das für eine Frise hier eigentlich? Montag hat der Latte! Moment mal! So, der war jetzt sehr, sehr komisch. Hallo? Eiii! Das ist wohl immer ein bisschen schlichte Laune hier. Ja, das macht das Laune! Mach's doch jetzt! Groß hat jeder, Alter. Ball Nummer vier, ein XXL-Tennisball. Ein bisschen größer als ein normaler Ball, also müsste es eigentlich einfacher sein für den Bratte, den Mats zu halten. Der Player Plus, First Strike. Oh, das gibt's doch nicht! Nein! Junge, ich soll Batman-Spieler werden, Alter. Der Mario guckt nur blöd aus der Wäsche. Das war für einen schlechten Tag. Mario muss hier auch die ganze Zeit unsere Drecksbälle halten, ne? Ist auch anstrengend. Nein! Das ist nicht! Nein! Er holt den Pflichter raus! Ok, Akku wurde gewechselt. Es muss klappen. Da hat man Pech und da kommt noch Scheiße hinzu. Ey! Ich bitte dich! War übergetreten! War übergetreten! Hopp! Wenn es darum ginge, traumhafte Typen jetzt haben, hätten wir schon gewonnen. Schieß ihn! Nein! Nein! Das gibt es nicht! Nein! Das gibt es nicht! Nein! 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 Das gibt es nicht! Oh! Ich brauche eine Mund-zu-Mund-Veratmung jetzt! Das ist früher der Traum-Tor-Ball! Das ist früher der Traum-Tor-Ball! Ja! Neuer Ball! Hat nur sieben Stunden gedauert! Neuer Ball! Gymnastik-Ball! Ich würde sagen, aus Fairness, dem Ball gegenüber, Mario, ohne Hände, was sagst du? Ja! So, Mario darf die Hände nicht benutzen. Wir brauchen trotzdem sieben Jahre. Ja! Oh! Ich bin drüber hier! Wie geht's? Wie geht's? Ja! So ist das mit meinem fetten Oberschein. Guck mal! Den kann man abziehen! Fairly go! Fairly go! Sehr, sehr schwer! Sehr, sehr schwer! Das war nicht gut, das ist gut! Das ist doch eine ganze Schiebeine! Das war nicht gut! Das war doch hier! 100 Prozent! Allerletzter Ball! Der XXL-Jumbo-Ball! Wir versuchen es von Elfmetern! Von 60 Metern, no chance! Nicht mehr mit normalem Ball treffen wir! Der Mario darf weder Füße noch Hände benutzen, oder? Nur Kopf! Du bist aufs Knie und darfst nur mit Kopf halten! Der Ball ist halt wirklich schwer, man! Unterschätzt das! Der ist noch dran, das ist nicht! Ruhe Gewalt! Komm, komm! Oh! Der kann ja nichts machen! Lach, Junge! Jetzt kommt der Superschuss! Der Beine ist durch! Nope! Wir können uns den wieder ein bisschen hin und her spielen! Hacke! Hacke! A tapaht! Ja! RTETEN!!! Retter Barne! 10 Meter! 10 Meter! 10! 10 Meter! 10 Meter! Boden kann! Wir müssen Volley machen! Ja, mich auf den Boden! Der erste, die Feuerwehrzieher, wird doch der letzte bleiben. Ich weiß was wilder ist, ich schieße zusammen, ich links, du rechts, Willingsschuss, okay. Und Rolle und dann, ich halte mich links und du rechts. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, was? Du bist zu schnell, ich war zu langsam. Oh, oh. Ah. Bam. Ah. Nope. Nein. Ja. 1 Meter war er. Ja. Bevor hier noch Knochen und Bänder platzen, belassen wir es dabei. Gute Leistung von allen. Sehr gut. Alles gepackt. Mario, sehr stark. Lasst ein Like dafür, den Bratte. Und wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Ciao. Kommentier nicht vergessen.